Mengenzeit, halt durch, auch wenn du allein bist, halt durch. Schmeiß jetzt nicht alles hin, halt durch. Und irgendwann wirst du verstehen, dass es jedem einmal so geht. Und wenn ein Sturm dich in die Knie zwingt, halt dein Gesicht einfach gegen den Kind. Egal wie dunkle Wolken über ihr sind, sie werden irgendwann übersehen. Steh auf, wenn du abholen willst, steh auf, auch wenn du uns nennst, steh auf. Es wird schon irgendwie weitergehen.